Nein, 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 vielleicht nicht. Aber ich hab auch noch keine Trampfsche... ... da, also daher... Keine Ahnung... Ich meine, die könnte man ja auch schön in deinem Fluss-Aquarium, in deinem Ufa-Aquarium kann man die auch... Ja, die kann ich auch schon in der Währung gezogen, aber da muss ich vielleicht abdecken. Die vielleicht so Alp-Imaginata, Alp-Imaginata oder sowas... Ja, ja, wäre doch noch... Das wäre doch gut. Wie gesagt, so oben schwimmen, da habe ich noch gar nicht weiter. Die mit der Flugung jetzt klarkommen, weiß ich aber auch nicht. Ach, die können doch schwimmen. Das wird immer übertrieben. Gerade was den Krampffisch angeht, da geht es ja immer ins Extreme. Nur das ist natürlich schon ein bisschen merkwürdig. Also die Krampffische können ein bisschen strecken vertragen. Ja, die schaffen das schon.